In den letzten Jahrzehnten musste die Musikindustrie den Verlust einiger der talentiertesten und beliebtesten Künstler aller Zeiten hinnehmen. Aber wer sind diese Ikonen, wie sind sie gestorben und wo sind sie begraben? Hier findet ihr die letzte Ruhestätte dieser legendären Rockstars. Jimi Hendrix, einer der größten Gitarristen aller Zeiten, starb am 18. September 1970 im Alter von nur 27 Jahren. Hendrix wurde in einem Zimmer des Londoners im Markent-Hotels aufgefunden, das seiner immer wiederkehrenden Lebensgefährtin Monica Dannemann gehörte. Die Details über die Stunden vor Hendrixs Tod sind vage. Dannemann und andere haben ihre Aussagen mehrfach geändert. Hendrix soll starke Schlaftabletten in Kombination mit Rotwein eingenommen haben, die ihn zum Erbrechen brachten, aber nicht zum Aufwachen, bis er schließlich erstickte. Der Gerichtsmediziner stellte seinen Tod jedoch als offen dar. Auch die Beerdigung von Hendrix war nicht unumstritten. 1970 wurde er auf dem Greenwood Memorial Park Cemetery in seiner Heimatstadt Renton, Washington mit einem einfachen Grabstein beigesetzt, auf dem zu lesen war, für immer in unseren Herzen. Doch 1999 kündigte seine Familie Pläne an, auf dem Friedhof ein 27-Fuß-hohes Denkmal aus Stein zu errichten, das zum Teil von Fans finanziert wurde und mit Granitsäulen, einem Kuppeldach und Skulpturen ausgestattet sein sollte. Hendrixs Freunde protestierten, dass es respektlos sei, ihn auszugraben, aber ohne Erfolg. Im Jahr 2002 wurde die Gedenkstätte fertiggestellt und Hendrix wurde neben seinem Vater, seiner Stiefmutter und seiner Großmutter beigesetzt. Jim Morrison befand sich im Rockstar-Ruhestand, als er am 3. Juli 1971 in seiner Pariser Wohnung starb. Wie Hendrix war auch Morrison erst 27 Jahre alt, als er starb. Die offizielle Version besagt, dass er in seiner Badewanne an Herzversagen gestorben ist. Inzwischen haben sich jedoch einige angebliche Zeugen gemeldet, die aussagen, dass er in einer Toilettenkabine eines Nachtclubs eine tödliche Überdosis Heroin genommen haben könnte und von zwei Drogendealern in seine Wohnung getragen wurde. Morrison's Grab auf dem Pariser Friedhof Père Lachaise ist eines der berühmtesten Gräber der Welt, was beeindruckend ist, wenn man bedenkt, dass er nicht der einzige berühmte Name auf diesem Friedhof ist. Père Lachaise ist auch die ewige Ruhestätte von weltbekannten Persönlichkeiten wie Oscar Wilde, Marcel Proust, Edith Piaf und Frédéric Chopin. Die größten Menschenmengen versammeln sich jedoch immer noch, um Morrisons beeindruckenden Schrein zu besuchen, der eine Bronze-Tafel mit seinem Namen, den Daten und einer von seinem Vater ausgewählten altgriechischen Grabinschrift enthält, die lautet Kataton Dämona Air of Two. Dies wird in der Regel grob mit seinem eigenen Geist treu übersetzt. Es könnte aber auch seinen eigenen Dämonen treu bedeuten, eine mögliche Anspielung auf die Probleme, die Morrison überhaupt erst nach Paris getrieben haben. John Lennon, einer der berühmtesten Scouser der Geschichte und eine Ikone des Swinging Sixties London, verließ 1971 seine Heimat und zog nach New York. Nachdem er zwei Jahre zuvor die Künstlerin Yoko Ono geheiratet hatte, hoffte Lennon, dass die geschäftige, von Berühmtheiten geprägte Stadt ihn vor der ständigen Aufmerksamkeit schützen würde, die ihm als Beatle zuteil wurde. Stattdessen wurde Lennon neun Jahre später, am 8. Dezember 1980, vor seinem Haus von Mark Chapman erschossen. Stattdessen sagte später, er habe sich entschieden, Lennon wegen seines Ruhmes zu töten, weil er glaubte, dies würde ihm wiederum selbst Ruhm bringen. Am 9. Oktober 1985, Lennons 45. Geburtstag, wurde ein Bereich des Central Park dem Musiker gewidmet. Lennon hatte viele Spaziergänge an diesem ruhigen Ort genossen. Als Hommage an einen von Lennons Lieblingssongs der Beatles wurde er in Strawberry Fields umbenannt und mit einem Mosaik mit dem Wort Imagine in der Mitte versehen, das von der Stadt Neapel, Italien geschenkt wurde. Ono selbst war an der Gestaltung der Gedenkstätte beteiligt und es wird angenommen, dass sie Lennons Asche dort verstreut hat. Der Beetle George Harrison wurde fast vier Jahre lang wegen Krebs behandelt, bevor er am 29. November 2001 im Alter von 58 Jahren starb. 1997 wurde bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert, 1999 dann Lungenkrebs. In diesem Jahr überlebte er auch, dass ein Einbrecher mehrfach auf ihn eingestochen hatte. Im Jahr 2001 wurde Harrison operiert, um den Lungenkrebs zu behandeln und unterzog sich einer weiteren Bestrahlung, um einen Gehirntumor zu behandeln, starb aber schließlich an der Krankheit. Harrison war ein Anhänger der Hare Krishna Bewegung, einem Zweig des Hinduismus. Im Einklang mit dem hinduistischen Glauben wurde er kurz nach seinem Tod im Hollywood Forever Memorial Park eingeäschert. Sprecher der Hare Krishna Bewegung teilten der Presse mit, dass Harrisons Frau Olivia und Sohn Dani seine Asche im Ganges verstreuen würden. Der Ganges ist ein heiliger Fluss in der hinduistischen Theologie und befindet sich in Baranasi, Indien. Die Fans und die Presse strömten in Scharen in die Stadt, doch die Gesellschaft zog ihre Ankündigung zurück. Es wird vermutet, dass Harrisons Familie seine Asche in den Fluss gestreut hat, aber dass sie damit gewartet haben, bis sie es in einer privateren Umgebung tun konnten. Das berüchtigste Detail über den Tod der Mamas and the Papas Sängerin Mama Cass Elliot am 28. Juli 1974 ist absolut falsch. Sie ist nämlich nicht daran gestorben, dass sie an einem Schinken-Sandwich erstickt ist. Das war ein Gerücht, das von ihrem Manager Alan Carr in die Welt gesetzt wurde, der befürchtete, Elliot sei an einer Überdosis Drogen gestorben und wollte nicht, dass jemand davon erfährt. Leider wurde die Geschichte mit dem Schinken-Sandwich seither zu einer Reihe von grausamen Witzen über Elliots Gewicht verdreht. Tatsächlich starb Elliot an Herzversagen, das möglicherweise durch die Crash-Diäten verursacht wurde, mit denen sie lange Zeit experimentiert hatte, vor allem weil sie wegen ihrer Größe so sehr verspottet wurde. Im Alter von nur 32 Jahren starb Elliot in einer Londoner Wohnung, die dem Musiker Harry Nilsson gehörte, der zu dieser Zeit außer Landes war. Ihr Leichnam wurde nach Kalifornien zurückgeflogen, wo sie im Mount Sinai Memorial Park in Los Angeles mit einer einfachen Gedenktafel beigesetzt wurde. Vier Jahre später starb Keith Moon, Schlagzeuger von The Who, in derselben Wohnung an einer Überdosis Clometiazol. Durch den Tod seiner Freunde beunruhigt verkaufte Nilsson die Wohnung an Moons Bandkollegen Pete Townsend. Der Sänger, Songschreiber und Gitarrist Roy Orbison war erst 52 Jahre alt, als er am 6. Dezember 1988 an einem Herzinfarkt starb, aber er hatte bereits mehrere Tragödien hinter sich. 1966 kam seine erste Frau, Claudette Frady, bei einem Motorradunfall ums Leben. Zwei Jahre später starben zwei der drei Söhne, Roy Jr. und Anthony, bei einem Brand in ihrem Haus in der Nähe von Nashville, während Orbison auf Tournee war. Nachdem er es zwischen 1960 und 1965 neunmal in die Top Ten geschafft hatte, ging es mit Orbisons Karriere steil bergab. Zwischen diesen drei großen Verlusten lernte Orbison jedoch die Frau kennen, die seine zweite Ehefrau wurde, die junge Medizinstudentin Barbara Jacobs. Die beiden heirateten 1969 und bekamen zwei gemeinsame Söhne, während sie auch Orbisons überlebenden Sohn Wesley aus erster Ehe aufzogen. In den 1980er Jahren wurde Jacobs Orbisons Manager und er erlebte eine Art Comeback. 1987 wurde er in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen und gründete eine Supergruppe, The Traveling Wilburys, zu der auch Tom Petty und Bob Dylan gehörten. Doch schon im nächsten Jahr starb er plötzlich. Orbison liegt im Westwood Memorial Park in Los Angeles begraben, aber sein Grab ist derzeit nicht gekennzeichnet. Ihr könnt seine Position jedoch anhand des Grabes von Barbara finden, die neben ihm begraben wurde, als sie 2011 starb. Frank Zapper starb am 4. Dezember 1993 im Alter von 52 Jahren an Prostatakrebs, nachdem er sein Leben so ausgefüllt hatte, wie es nur möglich ist. Seine Familie gab seinen Tod mit einer Erklärung bekannt, in der es hieß, der Komponist Frank Zapper ist am Samstag kurz vor 18 Uhr zu seiner letzten Tournee aufgebrochen. Zapper wurde im Westwood Memorial Park in Los Angeles beigesetzt, eine überraschend konventionelle Wahl für jemanden, der sich bei jeder Gelegenheit gegen Konventionen auflehnte. Der Friedhof ist die letzte Ruhestätte vieler Superstars aus Film, Musik und Kunst. Im Jahr 2020 kostete eine einzelne Grabstelle dort stolze 745.000 Dollar. Eine Sache ist jedoch ungewöhnlich an Zappers Ruhestätte. Er ist in einem nicht gekennzeichneten Grab begraben, angeblich in der Nähe der ähnlich unauffälligen Ruhestätte von Roy Orbison. Seine Familie hat nie einen genauen Grund dafür genannt, aber es passt sicherlich zum Charakter eines Mannes, der es immer vorzog, den weniger begangenen Weg zu gehen. Die Beach Boys verloren mehr als einen Bandkollegen, als der 39-jährige Dennis Wilson, der Schlagzeuger der Band, am 28. Dezember 1983 ertrank. Er war nicht nur der mittlere Bruder von Brian und Carl, sondern auch der Cousin von Mike Love. Dennis war mit drei anderen Personen im Hafen von Marina del Rey schwimmen, als er unter Wasser tauchte und nicht mehr auftauchte. In der Woche nach seinem Tod intervenierte Präsident Ronald Reagan, damit Dennis Leichnam auf seinen Wunsch hin auf See beigesetzt werden konnte, eine Ehre, die normalerweise Veteranen der Navy oder der Küstenwache vorbehalten ist. 1997 wurde bei Dennis' jüngeren Bruder Carl Krebs diagnostiziert, obwohl er während der Behandlung weiter in der Band spielte. Im Dezember desselben Jahres starb die Mutter der Wilson-Brüder Audrey im Alter von 80 Jahren und wurde im Westwood Memorial Park in Los Angeles beigesetzt. Ihr Grabstein weist sie als The Original Surfer Girl aus. Zwei Monate später, am 6. Februar 1998, starb auch Carl und wurde auf demselben Friedhof beigesetzt. Elvis Presley kämpfte zu Lebzeiten um seine Privatsphäre und auch nach seinem Tod konnten die Menschen nicht die Finger von ihm lassen. Als Presley am 6. August 1977 im Alter von 42 Jahren an einem Herzinfarkt starb, trauerte die ganze Nation um ihn. Und in einigen Fällen auch in Verleugnung. Am Tag nach Elvis' Tod erlaubte sein Vater Vernon Presley rund 30.000 Fans, seinen Sohn in Graceland auf Bahren zu sehen. Bei der Beerdigung am nächsten Tag wurde Elvis in einem weißen Leichenwagen gefolgt von 17 weißen Limousinen zu einer privaten Zeremonie zum Forest Hill Cemetery gebracht. Vernon hatte gewollt, dass sein Sohn in Graceland beerdigt wird. Aber der Friedhof war nicht für Beerdigungen zugelassen. Stattdessen wurde Elvis in einem Stahl gefütterten Sarg, der fast 1.000 Pfund wog, in einem großen Mausoleum neben seiner Mutter Gladys beigesetzt. Das Grab wurde dann mit einer doppelten Betonschicht versiegelt und mit einer Marmorplatte abgedeckt. Das war aber noch nicht das Ende der Geschichte. Am 29. August wurden drei Männer dabei erwischt, wie sie versuchten, Presleys Leiche zu stehlen, um sie frei zu kaufen. Daraufhin wurden die Bestattungsvorschriften aufgehoben und Elvis und Gladys wurden nach Graceland zurückgebracht. Als Vernon 1979 starb, wurde er neben den beiden begraben. Eine der größten Liebesgeschichten der Musik begann in der Grand Ole Opry und endete weniger als 20 Meilen entfernt in den Hendersonville Memory Gardens. 1956 traf der aufstrebende Countrystar Johnny Cash die bereits berühmte June Carter hinter der Bühne des berühmten Veranstaltungsortes in Nashville. Es sollte jedoch keine Liebe auf den ersten Blick sein, denn beide waren mit verschiedenen Leuten verheiratet. Nichtsdestotrotz soll Cash an diesem Abend Carter gesagt haben, dass er sie heiraten wolle. Ihre berufliche und persönliche Beziehung vertiefte sich in den 60er Jahren, als die beiden gemeinsam auf Tournee gingen. Carter wurde zu dem Lied Ring of Fire inspiriert, indem sie ihre unerlaubten Gefühle für Cash beschrieb. 1966 reichte Cashs erste Frau Vivian Liberto schließlich die Scheidung ein, wegen Untreue und seiner Abhängigkeit von verschiedenen Drogen und Alkohol. Carter und Cash wurden offiziell ein Paar, aber erst als er ihr am 22. Februar 1968 live auf der Bühne vor 7000 Menschen einen Heiratsantrag machte, willigte sie ein, ihn zu heiraten, und tat es eine Woche später. Das Paar war 35 Jahre lang verheiratet, bis Carter im Alter von 73 Jahren am 15. Mai 2003 starb. Cash starb ein paar Monate später am 12. September. Sie sind nebeneinander in einem gemeinsamen Grab in Hendersonville Memory Gardens, Tennessee, beigesetzt. Wenn etwas in der Welt des Rock'n'Roll sicher ist, dann ist es, dass das Leben plötzlich enden kann. Aber David Bowie machte sich darüber keine Sorgen. Wie sein Keyboarder Mike Garson einmal gegenüber Billboard erklärte, war Bowie jahrzehntelang vorgewarnt. Denn in den 1970er Jahren sagte ihm ein Hellseher, dass er mit 69 oder 70 Jahren sterben würde. Garson fügte hinzu, Bowie zweifelte nicht eine Sekunde daran. Er akzeptierte es und plante seine Zukunft auf dieser Grundlage. Und tatsächlich, Bowie starb am 10. Januar 2016 nach einem 18-monatigen Kampf gegen den Krebs, wie es in einer offiziellen Erklärung hieß. Er war zwei Tage zuvor 69 Jahre alt geworden. Bowies frühe Vorwarnung, wie auch seine Krebsdiagnose, sorgten dafür, dass der Sänger seine letzten Wünsche deutlich machen konnte. Er bat darum, dass seine Asche eingeäschert und auf Bali nach buddhistischen Ritualen verstreut werden sollte. Trotz dieser sehr klaren Anweisungen und keine Anzeichen dafür, dass seine Familie die Absicht hatte, sie zu ignorieren, gab es immer noch Gerüchte, dass Bowies Witwe Iman die Erlaubnis gegeben hatte, einen Teil seiner Asche beim Burning Man Festival 2016 zu verstreuen. Bowies Sohn Duncan Jones wies diese Behauptung sofort auf Twitter zurück und schrieb, Was Menschen für Aufmerksamkeit tun und sagen, erstaunt mich immer wieder. Nicht wahr? Auch eine ziemlich krasse Behauptung. Der Verlust von Eddie Van Halen im Jahr 2020 war eine schmerzliche Wendung in einem Jahr, das bereits so viele Menschenleben gefordert hatte. Der Gitarrist wurde mit seiner gleichnamigen Band, die er zusammen mit seinem Bruder Alex gründete, berühmt und revolutionierte den Sound, den man mit einer E-Gitarre erzeugen kann. Er inspirierte reale und fiktive Gitarristen gleichermaßen und lieferte sogar die Musik für Martys Alien Band in Zurück in die Zukunft, obwohl er eine Rolle in den Bill & Ted-Filmen höflich ablehnte. Von Halen war 65 Jahre alt, als er am 6. Oktober 2020 an einem Schlaganfall starb, nachdem er gegen den Krebs gekämpft hatte. Im Jahr 2000 war bei ihm Kehlkopfkrebs diagnostiziert worden, doch 2004 erklärte er, der Krebs sei verschwunden. Wenige Wochen nach seinem Tod gab sein Sohn Wolfgang bekannt, dass bei seinem Vater 2017 Lungenkrebs im fortgeschrittenen Stadium diagnostiziert worden war und er nur noch sechs Wochen zu leben hatte. Van Halen erhielt eine Behandlung in Deutschland, der Wolfgang die drei Jahre verdankt, die er nach der Diagnose überlebte. Doch 2019 wurde bei Eddie nach einem Motorradunfall ein Hirntumor festgestellt. Es wird angenommen, dass Wolfgang den letzten Wunsch seines Vaters erfüllte und seine Asche vor der Küste seiner Heimatstadt Malibu, Kalifornien, verstreute. Mary Wilson, ein Drittel der berühmtesten Girl Group, die aus Motown hervorging, starb plötzlich am 8. Februar 2021 im Alter von 76 Jahren. Als Todesursache wurde später eine hypertensive atherosklerotische Herz-Kreislauf-Erkrankung angegeben. Eine durch Bluthochdruck verursachte Ablagerung in den Arterien, die schließlich zu Herzversagen führt. Aufgrund der durch die Covid-19-Pandemie auferlegten Beschränkungen für die Beerdigungen hielt Wilsons Familie am 16. März eine kleine private Zeremonie für sie ab, mit der Absicht, eine größere Versammlung abzuhalten, sobald es sicher war. Wilson wurde auf dem Holy Cross Cemetery in Culver City, Kalifornien beigesetzt, auf dem auch eine Reihe anderer legendärer Künstler, Schauspieler und Musiker ihre letzte Ruhestätte gefunden haben. Am wichtigsten für Wilson war, dass sie neben ihrem Sohn Raphael Farah begraben wurde, der 1994 im Alter von nur 14 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen war. Sie hinterließ drei weitere Kinder, darunter einen Cousin, den sie adoptiert hatte, zehn Enkelkinder und eine Urenkelin. Der Sänger und Songschreiber von Queen, Freddie Mercury, hatte nie Angst davor, sich in der Bewunderung einer riesigen Menschenmenge zu sonnen. Aber er wollte diese Art von Aufmerksamkeit nach seinem Tod nicht mehr. Als bei Mercury 1987 das erworbene Immunschwächensyndrom diagnostiziert wurde, wusste er, dass er wahrscheinlich innerhalb weniger Jahre sterben würde. Er entschied sich für eine Einäscherung und wusste genau, wo er seine Asche verstreut haben wollte. Aber er sagte es nur seiner engen Freundin und Ex-Verlobten Mary Austin. Nicht einmal seine Eltern wussten davon. Mercury erzählte Austin, dass der Grund für die Geheimhaltung darin lag, dass er sagte, Ich will nicht, dass mich jemand ausgräbt. Ich möchte einfach in Frieden ruhen. Nachdem Mercury am 24. November 1991 im Alter von 45 Jahren starb, wurde er auf dem Cancel Green Cemetery im Nordwesten Londons eingeäschert. Austin zögerte die Verstreuung der Asche jedoch zwei Jahre lang hinaus, da sie befürchtete, dass jemand sie sehen und Mercuries Ruhestätte der Welt preisgeben könnte. Im Jahr 2013 wurde eine Gedenktafel zu Ehren von Farouk Bulsara, Mercuries Geburtsname, an einen Baum auf dem Friedhof gefunden, auf dem Mercury eingeäschert worden war. Sie war mit dem Satz, Poetre toujours prédétois avec tout mon amour, M, beschriftet. Auf Deutsch bedeutet dies, um dir immer mit all meiner Liebe nahe zu sein. Obwohl viele annahmen, dass das M für Mary steht, hat Austin seitdem bestritten, dass sie Mercuries Asche dort verstreut hat. Laut seinem Nachruf in der New York Times sagte Ray Charles einmal zu einem Interviewer, Es ist nicht die Frage, wie lange ich lebe, sondern wie gut ich lebe. Obwohl es nie einen guten Zeitpunkt für den Abschied von dem multitalentierten, genreübergreifenden Genie des Soul geben würde, wurde Charles 73 Jahre alt, was für Rockstar-Verhältnisse beeindruckend ist. Vor allem, wenn man bedenkt, dass er seine Heroinsucht überwand, und er hat bis in sein letztes Jahr hinein weiter Musik aufgenommen und live gespielt. Charles starb am 10. Juni 2004 an Komplikationen einer Lebererkrankung. Er wurde auf dem Inglewood Park Cemetery in Los Angeles beigesetzt, auf dem auch andere Ikonen der Musikbranche ruhen, von Ella Fitzgerald über Etta James bis zu Sugar Ray Robinson. Auch die Trauerfeier in der First African Methodist Episcopal Church von Los Angeles war mit vielen Stars besetzt, was angesichts des legendären Startes von Charles nicht überrascht. Stevie Wonder, Willie Nelson und B.B. King traten auf, und unter den 1500 Anwesenden waren auch Reverend Jesse Jackson und Quincy Jones. Jones sagte der New York Times, er würde alles geben, um Charles zurückzubekommen, gab aber auch zu, ich weiß, dass der Himmel ein viel besserer Ort geworden ist, wenn er dort ist. Die Familie, Freunde und Fans der irischen Band The Cranberries waren schockiert und bestürzt, als Frontfrau Dolores O'Riordan am 15. Januar 2018 im Alter von nur 46 Jahren starb. O'Riordan wurde tot in der Badewanne ihres Zimmers im Londoner Hilton an der Park Lane aufgefunden, wo sie sich während der Aufnahmen aufgehalten hatte. Sie hatte ihre Mutter gegen 3 Uhr morgens angerufen und wurde etwa 6 Stunden später gefunden. Eine Untersuchung ergab einen hohen Alkoholgehalt in ihrem Blut und kam zu dem Schluss, dass ihr Tod ein tragischer Unfall war. O'Riordans Leiche wurde in ihr Heimatland Irland überführt. Vor ihrer Beerdigung wurde sie in einem offenen Sarg in der St. Joseph's Church in Limerick aufgebahrt, wo sich Tausende von Menschen versammelten, um ihr die letzte Ehre zu erweisen. Die Beerdigung fand am 23. Januar in der Kirche ihres Heimatortes Ballybricken in der Grafschaft Limerick statt, wo sie früher im Chor gesungen hatte. An diesem Tag spielten Radiosender im ganzen Land ihr zu Ehren den Cranberries-Hit When You're Gone. Nach der privaten Trauerfeier wurde O'Riordan neben ihrem Vater Terence auf dem Carolee-Friedhof beigesetzt, der nur wenige Kilometer entfernt liegt. Chuck Berry ist ein so wichtiger Bestandteil der Rockmusik, dass er 1986 als einer der ersten in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen wurde. Viele halten seinen Song Maybelline von 1955 für die Keimzelle des Rock'n'Roll. Berry begann im Alter von sechs Jahren in seinem Kirchenchor zu singen und nahm als Teenager die Gitarre in die Hand, mit der er in einer Reihe von kleinen Talentshows auftrat. Er war in seinen Dreißigern, als er viele seiner populärsten Songs schrieb und veröffentlichte zwischen 1955 und 1960 acht Top-40-Hits. Als er älter wurde, spielte Berry weiter. 2014, im Alter von 88 Jahren, trat er immer noch einmal im Monat im Restaurant und der Bar Blueberry Hill in St. Louis auf. An seinem 90. Geburtstag kündigte er die Veröffentlichung seines letzten Albums Chuck an, das er seiner Frau The Matter widmete, mit der er 68 Jahre verheiratet war. Bevor es veröffentlicht wurde, starb Berry jedoch am 18. März 2017 eines natürlichen Todes. Er wurde in den Belle Reve Heritage Gardens in seiner Heimatstadt St. Louis, Missouri, beigesetzt. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, wo Prince seine ewige Ruhestätte gefunden hat. Aber es ist trotzdem etwas ganz Besonderes an Prince. Der plötzliche Tod des kultigen Sängers im Alter von 57 Jahren am 21. April 2016 erschütterte die ganze Welt. Besonders schockierend und nicht weniger traurig war die Nachricht, dass er an einer versehentlichen Überdosis Fentanil gestorben ist. Der Star hatte sich stets als Antidrogen und Alkoholiker präsentiert und sogar Alkohol und Zigaretten aus seinem berühmten Anwesen Paisley Park in Minnesota verbannt. Prince wurde zwei Tage nach seinem Tod in einer privaten Zeremonie eingeäschert, während Fans vor Paisley Park eine Gedenktafel niederlegten. Sein Publizist erklärte damals, dass der Ort, an dem seine sterblichen Überreste aufbewahrt werden, privat bleiben würde. Im Oktober dieses Jahres wurde jedoch bekannt gegeben, dass Paisley Park als Museum wiedereröffnet werden sollte und Prince selbst ist nun die Hauptattraktion. Ab 2021 wird Prince Asche in einer Urne beigesetzt, die in Zusammenarbeit mit seiner Schwester Tyka Nelson und seinem Neffen President Nelson entworfen wurde und im Foyer des Paisley Park steht. Die Urne ist eine Miniaturversion seines Hauses, komplett mit einem lila Klavier, funktionierenden Lichtern und seinem mit Edelsteinen besetzten Logo. Johnny und Joey Ramone haben sich bekanntlich gehasst und so ist es wahrscheinlich gut, dass sie auf der anderen Seite des Landes begraben sind. Die beiden haben sich nie wirklich verstanden, aber ihre Feindseligkeit kochte über, als Joes Freundin Linda Danielle ihn mit Johnny betrog. Die beiden heirateten später. Als Joey an einem Lymphom erkrankte, weigerte sich Johnny, ihn zu besuchen. Der einzige ehemalige Bandkollege, der dies tat, war Tommy Ramone. Joey starb am 15. April 2001 und wurde auf dem Hillside Cemetery in Lindhurst, New Jersey beigesetzt. Johnny nahm nicht an der Beerdigung teil. Im folgenden Jahr, am 5. Juni, starb Didi Ramone im Alter von 50 Jahren an einer Überdosis Heroin, kurz nachdem die Band in die Rock'n'Roll Hall of Fame aufgenommen worden war. Er wurde auf dem Hollywood Forever Cemetery in L.A. beigesetzt. Johnny folgte ihm dort zwei Jahre später, als er am 15. September 2004 im Alter von 55 Jahren an Prostatakrebs starb. Johnny wurde eingeäschert und Linda behielt seine Asche. Aber er ließ auch eine zwei Meter hohe Statue von sich auf dem Friedhof aufstellen. Joey ist an der Ostküste allerdings nicht ganz allein. Tommy Ramone starb am 11. Juli 2014 an Gallenblasenkrebs und wurde auf dem New Montefiore Cemetery in New York beigesetzt. Janis Joplin starb am 4. Oktober 1970 an einer versehentlichen Überdosis Heroin, drei Wochen nach dem Tod von Jimi Hendrix und neun Monate vor dem von Jim Morrison. Zwei Tage später wurde Joplin im Westwood Village Mortuary in Los Angeles eingeäschert, wobei nur zehn Personen anwesend waren. Ihre Asche wurde im Pazifischen Ozean vor der Küste von Marin County nördlich von San Francisco verstreut, wie es Joplin gewünscht hatte. Der genaue Ort, an dem Joplin beigesetzt wurde, kann nicht besichtigt werden. Aber es ist möglich, das Zimmer zu besuchen, indem sie im Landmark Hotel, dem heutigen Highland Gardens Hotel, an der Franklin und North Sycamore Avenues in Hollywood starb. Wenn ihr euch morbide fühlt, könnt ihr sogar dort schlafen. Heute befindet sich in Zimmer 105 eine Gedenktafel für Joplin, während der Schrank mit den Kritzeleien der Fans an die legendäre Sängerin gefüllt ist. Die Geschichte des Todes von Nirvana, Frontmann und Grunge-Ikone Kurt Cobain ist allgemein bekannt. Cobain nahm sich am 5. April 1994 in seinem Haus in Seattle, Washington, das Leben. Seine Leiche wurde drei Tage später gefunden. Nach Cobains Tod ließ seine Witwe Courtney Love seine Leiche einäschern. Das Paar war zeitweise Buddhist gewesen und so wollte Love Cobains Überresten die angemessene spirituelle Behandlung zukommen lassen. Sie teilte die Asche auf und verstreute einen Teil in den Huishka River in der Nähe von Cobains Elternhaus, einen anderen Teil behielt sie selbst, angeblich in einer bärenförmigen Handtasche neben ihrem Hochzeitskleid. Sie brachte diese Asche in ein buddhistisches Kloster in Ithaca, New York und überließ einen Teil den Mönchen zur Weihe. Die Mönche mischten die Asche mit Lehm und formten daraus Zatzas, eine Art kegelförmige Skulptur, etwa drei Zentimeter hoch und Goldfarben bemalt, die in einem kleinen Schrein aufbewahrt werden soll. Love nahm die restliche Asche mit nach Hause. Sie bewahrte sie in ihrem Schrank auf, bis sie 2008 meldete, dass sie gestohlen worden war. Offenbar von jemandem, den sie kannte. Wenn ihr oder jemand, den ihr kennt, Probleme mit Sucht oder Suchtverhalten habt, gibt es Hilfe bei der bundesweiten Sucht- und Drogenhotline unter der Telefonnummer 01806 313 031.